Yo, hi und herzlich willkommen hier zu einer Runde Ender Games. Wir spielen hier Tiger, glaube ich. Und ich habe mal hier auf GOMMA.de aufgerufen, ich würde gerne ein bisschen was aufnehmen und so weiter und so fort. Und mal gucken, ob ich gleich gekillt werde oder nicht. Müssen wir gerade gucken, dass ich mich ein bisschen rename. Mal gucken, wer mich gleich wieder verrät, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen wir ein bisschen was machen, wir sind hier Chamäleon heute. Und als Chamäleon, ich mich verstecken, wir gucken mal. Also ich habe jetzt hier, ich weiß gar nicht wie ich heiße, ist aber auch eigentlich schittikack egal. Wir wollen mal gucken, was wir unten haben. Ich habe jetzt mein Goldschwert auf Plot 2 gleich. Das heißt, ich hoffe wir kriegen was. Ich habe letztes Mal wieder so ein Pech gehabt. Letzte Runde wieder gewonnen, nicht aufgenommen und gewonnen. Kotzt mich total an, ja. Also immer wenn ich, jetzt komm. Wieder eine Kiste, wo eigentlich gar nichts drin ist, weißt du? Das ist doch zum Kotzen, Alter. Warum erwische ich bei Aufnahmen immer die Kisten, wo nichts drin ist? So wenigstens ein Lava-Eimer. Okay, kann ja schon mal helfen. Äh, da oben habe ich noch eine Kiste gesehen. Gut, gut. Klar. Ein bisschen was gelootet haben wir. Äh, Fressen, Fleisch etc. Müssen wir gleich mal gucken. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen, ein bisschen Eisen. Oh, das ist eine Kiste irgendwo gespawnt. Vielleicht brauche ich auch Holz, das geht nicht anders. Ich hoffe, wir so schnell schwunden gerade. Die sind auch immer so laut, dass man denkt, die wären hier irgendwo. Ich habe auch gar keine Musik angemacht, fällt mir gerade auf. Uah, ich bin so langsam. Oh. Oh, egal. Komm, machen wir uns erstmal ein Schwert. Zack, haben wir das hier. Haben wir noch irgendwas, was wir verbauen können? Ne, haben wir gerade nicht. Hm, alles klar. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier irgendwie... Guck mal, da hinten ist noch eine Kiste untergefallen. Würde mich gerne mal verstecken. Oh, da ist eine Kuh. Scheiße. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Wenn ich jetzt... Ich hier als... Kuh verkleide. Weil, was wollen die Leute gleich killen, wenn sie das sehen? Eine Kuh. Genau. Tut mir leid, meine Craft. Aber ich brauchte ein paar Sachen. Ich kann das nicht ändern. Und, äh, da muss ich leider mal so ein bisschen... Ach, das tut mir leid. Ja, das war nicht mit Absicht. Jetzt habe ich die Killster natürlich verpennt, glaube ich. Die da mal weg ist. Jetzt ausgerechnet meine Craft habe ich zuerst erledigt. Das ist natürlich... Ah, ich hoffe, er nimmt es mir nicht böse. Oh, fuck. Da habe ich geportet worden. Aten, haben wir was? Oh, fuck. Hat er mich gekriegt. Slash näher. Ah, jetzt können wir auch so schreiben, glaube ich. GG. So. Ups. Den Buffet gibt es natürlich nicht. Wir geben uns Slash Hub ein. Und machen gleich mal die nächste Runde. Welche finden wir da? Welche finden wir da? Guck mal, den wir da hier oben. Äh, die EG9 würde ich vorschlagen. EG9. Sollte eine leere Lobby sein. Super. Ich mache nochmal das Chameleon. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und mal gucken, wer noch hinterher kommt. Meine Craft ist gleich da. Und guckt, dass wir spielen. Ich will es zum Schluss sagen. Ja, er ist da. War alles klar. Genug da. Ich hoffe doch. Slash. Da. Wir wollen nicht lange warten. Und gucken, was wir hier loslegen können. Ich bin Messi Turkey. Wie geil. Sehr geiler Name. So. Wir sind nochmal auf jeden Fall hier. Ähm. Chameleon. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Glück. Da unten ist jetzt wohl Wald. Ja, sollte es wohl so sein, denke ich mal hier. Wir gucken mal. Ich bin auf der richtigen Seite. Wir kommen also direkt zum Wald. Weil ich sehr viele Kisten immer in der Wüstengegend habe. Und, ähm. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Können wir da alles? Können wir es nicht? So. Ich bin eine Kuh. Und ich bin eine Biene. Oh, fuck. Ich habe das Eisen nicht. Mann. Weil ich in der Reihenfolge abgegrast habe gerade. Ach, dab. Na gut. Vielleicht. Ach. Anfangsschwierigkeiten. Ich komme nicht los hier. Baut euch mal was ab. Ich brauche Kisten. Oh, fuck. Lasst mich einfach in Ruhe. Da hinten ist eine Kiste. Die wird gerade gelootet. Scheiße. Verdammt. Ach. Keine Kisten. Wahrscheinlich sind die Kisten alle wieder nah am Spawn. Und hier draußen sind wieder keine Kisten zu finden. Oh, doch. Oh, zweimal Eisen wenigstens. Mann. Warum? Ich habe doch aufgeklickt. Verdammt. Oh, da hinten ist glaube ich wieder Minecraft. War das Minecraft gewesen? Bin mir nicht ganz sicher. Wenn das 30 Sekunden war. Wir müssen noch ein Vieh finden. Zack. Ja, alles klar. So, bauen wir das Mehl gerade wieder um. Zack, 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 zack. Nehmen wir mal den hier rein. So. Ich hoffe, dass wir jetzt diesmal. Oh, Mann, Alter. Ich bin gerade total. Ey. Oh. Leute. Fuck. Ich bin gerade ein bisschen. Aber. Ich habe jetzt was zu fressen. War mir gerade zum Schaf. Gut. Mitten in der Schafsherde habe ich meine Hoffnung. Ich gucke mal gerade, was wir noch haben. Ich habe mir ein bisschen Gold. Könnte ich mir Schuhe machen. Aber Schuhe sind jetzt glaube ich nicht das Wichtigste. Würde mir zwar ein bisschen Leben geben. Aber ich hoffe, dass ich die Chance nutzen kann. Und da vorne mein nächster ist. Der kommt nämlich näher. Habe ich ein Glück. Oh, habe ich ein Glück. Oh, habe ich ein Glück. Er hätte mich so platt gemacht. Verdammte Axt. Mit seinem scheiß Dierschwert. Alter Scheiß. Alter Scheiß. Okay. Hier könnte man vielleicht hoffen, dass er dagegen springt. Was haben wir? Wir haben Eisen. Okay. Wir haben leider keine Pfeile. Es ist natürlich doof. Ich hätte aber was für eine Rüstung. Meinst du ernsthaft? Ich laufe da rein. Okay. Gut. Das heißt aber, wenn wir Glück haben, portet sich gleich einer mit uns. Und er fliegt da rein. So. Das heißt, wir können jetzt noch nicht viel machen. Das ist ja unser Problem. Ja, gut. Ich könnte mir jetzt noch eine Haube hier oben machen oder sowas. Ich meine immerhin. Etwas. Ich habe aber auch doch. Ich habe was zu fressen und kann mich regenerieren. Sehr gut. Weil hier ist natürlich echt nicht viel zu finden. Ähm. So. In der Hoffnung, er rennt rein. Wir müssen uns regenerieren, Leute. Ich kann nichts tun. Ja. Ist so gerade mein großes Problem. Ich könnte höchstens hälten mit Wasser oder so, wenn er von irgendwo kommt und reingeschwemmt wird. Aber dann vielleicht die Quelle hier kaputt oder so. Hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Ach, fressen, Alter. Habe ich nicht viel. Wir machen das mal so ein bisschen schräger. Wenn er ein bisschen verziert, läuft er trotzdem nach vorne. Oh, so, so. Bitte, 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 bitte. Komm, Porte. Wen haben wir doch alles? Ich kann leider nichts anderes machen. Wahrscheinlich mit Minecraft gleich getauscht oder so. Der stimmt schon wieder. Leute, ich kann nichts machen. Ich muss jetzt hier warten. Alles andere wäre Schwachsinn. Wäre wirklich Schwachsinn. Geht nicht. So. Bitte, bitte, bitte. Tausch, tausch, tausch. Porten. Ich will geportet werden. 85 Blöcke. Hm, der bewegt sich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich den nächsten. Und verbrennt er? Ja, Mann. So, haben wir Glück gehabt. Ich habe die Falle nicht gebaut. Ich habe sie nur genutzt. Punkt. Müsste sozial sein. Oh. Was das Problem ist? Hand. Wenn ich jetzt dieses scheiß Eisen hier echt treuen will, dann kriege ich echt die Krise. Ich habe nichts zu fressen. Und ich glaube, ich bin ein Huhn momentan. Ich glaube, ich bin ein Huhn. Äh, das hat hier nichts zu tun. So, wir müssen mal gucken, dass wir hier was finden. Ah. Ja. Ich höre hier lauter Viecher. Und man auch fressen könnte wahrscheinlich. Aber ich finde hier nichts zu fressen. Und das nervt mich gerade ein bisschen. Und dieser andere Typ, der ist irgendwie nicht so gewillt, mich hier zu verlassen, glaube ich. Der hält sich immer wieder. Habe ich gerade ein Schwert bekommen mit Verzauberung? Also ich würde mich an seiner Stelle richtig angekotzt fühlen. So. Äh, dann machen wir uns mal das hier und das hier. So. Machen wir das mal raus. Okay. Laufen wir mal hoch. Ich hoffe in der Kiste, dass wir die noch kriegen. Oh, wir haben noch dreimal Eisen, dreimal Gold. Natürlich auch nicht schlecht. Ähm. Aber ich habe nichts zu fressen. Das ist mein Problem. Ich brauche was zu fressen unbedingt. Ansonsten null Regeneration Chance. Okay. Gut. Okay. Haben zumindest jetzt mal... Oh, wir hätten was für die Hose. Verdammt. Aber nichts zu fressen. Aber ich muss rennen. Verdammt. Fuck. Können wir wenigstens das hier anziehen. Und können wir noch was anderes machen? Ne, wir können uns höchstens nochmal Trank hinhauen. Okay. Den Kampf würde ich verlieren. Da dürft ihr mich wahrscheinlich nicht sehen, weil ich ein Vieh bin. Okay, ich habe mich zwar aufgedeckt. Und er schießt auch nach mir. Ah. Er dachte, ich wäre ein Vieh. Also ich dachte, er dachte wahrscheinlich, ich wäre das Vieh, was da stand. Ich verwandeln. Und ganz schnell was fressen. Muss ein anderes Vieh werden. So. Hoffe, ich habe noch was zu fressen. Oh, geil. Äh, fressen. Ich kann mich nicht regalibrieren. Ah, scheiße. War bestimmt knapp gewesen. Aber anders ging es nicht. Ah. Leck mich doch am Arsch. So. Und dann gehen wir nochmal in, ähm... In welchen gehe ich denn rein? Ah, ich glaube, ich gehe in den Desert. EG3. So. Dann machen wir noch die letzte Runde nochmal für heute. Ich hoffe, die wird ein bisschen besser. Ich nehme hier an der Stelle... Ich nehme nochmal. Ich mache heute eine Chamäleon-Runde. Das Chamäleon nenne ich mich. Flash. Start, um den Leuten den Vorteil zu nehmen. Sich im Paket auszusuchen. Oh. Meine Kraft ist nicht da. Aber ich glaube, der war noch im Spiel gewesen am letzten Mal. Aber ist egal. Haben wir jetzt nicht das Problem. So. Wir müssen uns gleich nicken. Dann wird der Weg sind. Ich hoffe, wir haben keinen Verfolger oder sowas in der Richtung. Und, ähm... Ja, wir müssen mal gucken. Ich hoffe, das klappt diesmal ein bisschen besser. Kenne ich hier irgendeinen? So, ich schreibe es mal... Mal so machen ein bisschen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, wir kriegen jetzt eine Kiste. Die sind sehr schnell. Die sind sehr schnell. Oh, sind wir jetzt geportet worden? Fuck, fuck. Naja, egal. Wo? Ich laufe mal in die Richtung. Oh, da sind wir zu spät noch welche runtergeflogen. Das ist trotzdem. Was mit dem Nicken ist jetzt hier gerade scheiße, weil wir keinen Wald haben zum Verstecken. Ich hoffe, wir kriegen diese Kiste da hinten. Okay, ich habe schon mal ein paar Enderperlen, was mir eventuell einen kleinen Vorsprung verschaffen könnte. Wenn nicht, wüsste wohin. Ne, da hinten ist schon jemand. Versuche mal zu dieser Kiste da hinten zu kommen. Super. Ach, zwei Gold. Verdammte Axt. Aber da ist noch eine versteckt. Sehr gut. Ähm. Wo drei Diamanten? Feuerzeug und so weiter. Natürlich cool. Unser großer Vorteil, den wir haben, wir haben alle möglichen Sachen. Wir können uns aber nicht porten. für irgendwas. Okay, den hole ich mir jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das funktionieren würde. Aber ich habe ein bisschen was zu fressen. Ich habe noch ein bisschen was gehabt. Kommen wir nicht lang. Hier hinten sind relativ viele Kisten. Oder zumindest auch... Oh, kackt. Ich werde jetzt noch irgendwas finden. So wie Holz. Ey, der ist ja richtig Hammer. So, fressen. Oh, was ist das fressen? Oh. Oh. Bin ich ganz brutal geportet worden. Ich habe nochmal Glück gehabt. Ich werde ganz, ganz böse... Ey, ey. Kann ich mal drehen? Doch. Wo ist der Gegner? Verdammt. Der war hier doch irgendwo. Scheiße. Natürlich heftig. Wir könnten jetzt hier... Hinten ist hier ein Wassergewege. Zack. Der killt. Sehr gut. Problem ist nur... ...dass wir nicht allzu viel... ...an... ...Wirkungsspielraum haben, gerade aktuell. Verdammt. Weil wir uns eigentlich nicht annähern können. Wir haben nichts. Das ist mein Problem. Kann mich nicht regenerieren. Eine verdammte Scheiß-Farce. Oh. Fuck. Und tot. Aha. GG. Tjo, Leute. Das war's. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ähm. Kann ja nicht mehr machen, um zu kämpfen. Und, ähm... Tjoch. Gibt es bei Desert natürlich doof. Warum habe ich bei Desert eigentlich Chameleon gewählt? Lernstunde für den Piraten. Also, ich würde mich trotzdem freuen, wenn euch das Video gefallen hat und einen kleinen Daumen nach oben gebt oder sowas in der Richtung ansonsten. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn ihr dabei seid, ne? Bis dahin. Liebe Grüße, euer der Spielpirat. Ciao.